hallo von der nacht christian schmeier heute mal nicht so ja irgendwie doch einste themen reden mal über trash tv und zwar über sommerhaus der stars hochzeit auf den blick und die bachelorette natürlich aus beziehungssicht und aber erst mal seid ihr auch so bemüdet habt ihr auch die wahl geguckt heute nacht krass hat irgendwie so ein historisches gefühl ich weiß auch nicht vor allen dingen habe ich jetzt noch gehört dass morgen die ampel scheitern soll dann wird aber wieder der wind der veränderung durchs land und durch europa ich da müssen wir uns nahe anziehen wenn ihr dazu noch psychologischen beistand braucht in hilfe von videos lasst mich gerne wissen aber genau was gehen wir erstmal in die unterhaltungsbranche und fangen mal an mit sommerhaus der stars stars ich will da jetzt gar nicht so viel zu sagen für mich ist das einfach sage ich ganz ehrlich so der abgrund ich weiß nicht dass das verkommt einfach immer mehr von der echt coolen show irgendwie also natürlich braucht ihr ein wisses drama verstehen wir alle aber du siehst eigentlich wirklich nur noch komplett bodenlose des funktionale kommunikation also nicht nur dass die sich die ganze zeit anschreien getränke ins gesicht schütten nein es werden auch ständig wenn menschen hintergangen freundschaften aufgekündigt loyales verhalten manipulation kann man jetzt interessant finden aber ich meine das ist ja so dick aufgetragen was soll man da groß zu sagen die viele verhalten sich da komplett schlecht meiner ansicht nach und die sich vielleicht jetzt von sich aus nicht schlecht verhalten hätten sind so angetriggert dadurch dass sie auch komplett in schmerzkörper gehen und sich selber daneben benehmen und das ist einfach nur noch was kann es aber gar nicht mehr angucken und ich verstehe einfach nicht warum man das laufen lässt was nicht also klar jetzt man wussten die grenze also jetzt schlagen darf man sich hinten sich nicht dann die leute werden rausgeschmissen aber es denn so ein getränk ins gesicht schütten dass das nicht auch ein grenzübertritt oder jemand weiß ich nicht wenn wirklich leute nur beschimpft werden es ist dass das was wir sehen sollen wollen man die menschen lernen ja am modell ist das guter content ich weiß es nicht also ich fühle mich da auch gar nichts zu sagen weil das ist das einfach too much dann bachelorette habe ich gestern das finale gesehen mir hat das früher alles mehr spaß gemacht ich fand das ich gestehe ja dass das recht eine meiner lieblingssendung war wird schlecht einmal auch so so dating sachen gut sehen konnte und es ist aber davon ist eigentlich nichts mehr zu sehen seitdem die da influencerinnen reinhängen und die influencerinnen warum sollen die neuen freund haben wollen das behinderte ja nur irgendwie ist ja viel besser also ständig wechselnde sachen zu haben und wie gesagt die stella hat man sowieso müssen das gefühl was wenn die alles machen für für weiteren rum ich weiß es nicht glaube ich playboy hat sie ja schon und ich weiß nicht was alles und früher hatte sie glaube ich auch das sind ja auch only fans also ich glaube ja ist auch jetzt nicht mehr auf jeden fall glaube ich aber ja was was soll man denn da erwarten soll man da jetzt erwarten dass so jemand der darf ja sein wie er will aber dass der jetzt wird stolz darauf ausgelegt dass da wirklich jemand beziehung sucht sonst macht das ja alles keinen sinn sonst ist ja nur noch unterhaltung ohne aber ohne irgendeinen anlass sag ich mal so dass sie jetzt queer queer ist finde ich eigentlich lustig also das ist ja auch eine interessante sache dass da männer und frauen drin ist nur ist das problem wo ist denn das ganze queere jetzt geblieben letzten endes hat sich so deutlich mehr interesse in die männer gezeigt ich meine das darf sie natürlich aber da fragt man sich schon also sie hatte ja vorher so eine beziehung zu einer von hier von dieser netflix geschichte to what to handle wo ja auch schon der ein oder andere dachte ist das nicht einfach so eine show beziehung jetzt sieht man sie da ganz vertraut mit männern mit frauen ja irgendwie auch den klutsch mit denen rum aber ich weiß auch nicht das hat alles alles so dick aufgetragen aber gut ist ja halt queer ist ja auch witzig irgendwie aber dann bleiben doch zwei männer über und da müssen diese armen männer müssen sich anhören auch übrigens wenn wir zusammen sind wenn ich auf irgendeiner party bin weil ich mit jeder rumknutschen und mit jedem rumknutschen das muss man sich wirklich ernsthaft anhören das läuft dann alles unter dem label sind alle so frei und polyamor und das ist alles so und die männer haben da gar keinen bock drauf wir sind aber in donnerblöden situation ist auch so kurz im finale was sollen die dazu sagen sollen die sagen geht's noch spinnst du irgendwie sondern was soll sie dazu sagen du kannst sie nichts zu sagen so und nicht dass das nicht genug ist geht es mit beiden ins bett okay machen die männer auch des öfteren da die bachelors okay gleich ist recht für alle aber dann hat sie nichts besseres zu tun das wird auch noch ausgestrahlt also was was für ein scheiß move ist das wieder ich weiß es nicht dass einer keinen hoch gekriegt hat das wird dann und der muss sich dann rechtfertigen nicht nur wird er dann noch ausgewählt im letzten moment sondern muss sich auch noch so vor halb deutschland da rechtfertigen wo man keinen hoch gekriegt hat was was für ein dreck ist das leute ich weiß nicht ich finde das furchtbar gut hochzeit auf den ersten blick als letztes noch wollen es auch nicht zu sehr aufregen gute und tolle unterhaltung kann wirklich nichts sagen ich finde die besetzung ist die passen irgendwie so gut rein die die drei die das machen hier sandra küldorfer und die anderen beiden ich finde die auch so als gerade die sandra küldorfer super sympathisch und kann mir gut vorstellen dass das tolle kollegen sind und also habe ich will das will jetzt überhaupt nichts gegen die sagen weil die erst einmal ist eine unterhaltungsshow und dann weiß ich gar nicht was ist was die überhaupt damit zu tun haben vielleicht müssen sind die einfach ausführende organe sowieso schauspieler sag ich mal und keine ahnung wie diese produktion da läuft ich finde es was ich auch gut finde sag ich auch gleich da sind nicht diese normen schönen menschen wie sie in anderen tiv-shows sind also sowas für die was glaube ich auch so andere altersgruppen gucken und das kann man echt gut angucken so ne vielleicht machen wir auch zu viel gedanken darüber ich weiß nicht was mich immer wieder stört dass du gesagt wird so dass das größte sozialexperiment der welt das glaube ich nicht was das für eine aussage nur weil die da irgendwie zehn paare zusammenbringen ist das größte sozialexperiment der welt weiß ich nicht also was das ist das für eine aussage also so dann geht es weiter mit es ist alles wissenschaftlich also ich glaube jetzt nicht dass man so wissenschaftlich schon so ganz sicher zwei leute so zusammenstecken kann also natürlich haben auch diese dating apps die haben alle irgendwelche modelle wissen wir ja wie gut ihn oder wie gut die nicht funktionieren das alles nicht so gut funktioniert und sicherlich gibt es natürlich gibt es da forschung drüber und da gibt es bestimmt auch sachen die man machen kann aber wir alle wissen wie chaotisch sondern so ein mädigen also sondern match prozess ist so wie wenig die eigentlich vorher planbar ist und wenn das wirklich ernst nehmen würde es dann müsste es auch zum beispiel ob leute sich riechen können dann müsstest du so immunparameter bestimmen irgendwie immunbiologisch weil weil dann kann man gucken ob die sich gut riechen können so das hängt ja für immunsystem zusammen also also das das kommt beim vielleicht gesagt vielleicht ist auch egal weil es als aber gut die sagen ja sowas da weil es einfach eine unterhaltungsshow ist und dann wird zum beispiel ja wir machen was ganz neues wir machen jetzt hier diese abtast bilder wo gucken menschen hin auf so einem bildschirm so und dann dann können wir dann können wir wissen wenn die teilnehmer wirklich gut finden also wenn ich da jetzt 30 fotos auf dem bildschirm aber das ist alles so pseudo da brauche ich jetzt keinen iris scanner der guckt wo ich hingucke ich habe einfach sagen wie ich gut finde und wo soll denn man hingucken bei einer frau oder frau bei mann wo war sowas was erwartet man denn dafür also ich weiß es wirklich also das ist schon aber gut kann man noch alles abbuchen und da ist halt irgendwas erzählt wird was weiß ich aber ich weiß nicht manchmal finde ich auch dass es psychologien so ein komisches licht rückt so aber keine ahnung na gut dann aber was gar nicht zur sprache kommt was wir ja rauf und runter besprechen sind so bindungsthemen also wisst ihr wenn wenn da zwei menschen sind diese die so normal attraktiv sind so ne so mittel attraktiv kann man ja glaube ich sagen wie einfach die meisten menschen also so neben der mittelwert so und die haben da kommen zwei menschen zusammen die haben seit zehn jahren keinen partner gefunden oder haben keinen partner und keine beziehung gehabt da kann mir doch keiner erzählen dass das pech ist einfach also weil dieses pech dass du also auf einer höheren ebene pech so okay aber es ist noch nicht so dass du einfach niemand gefunden hast sondern du hast kann man glaube ich von ausgehen dass du entweder irgendwelche themen hast so richtung bindungsangst oder dass du irgendein verhalten drauf hast was andere vielleicht irgendwie nicht cool finden oder so aber das liegt auch nicht daran dass du keinen findest so also nicht mal also nicht mal so einen langen zeitraum also dann steckst du zwei anstatt dass man dann sagt was ja auch meiner ansicht nach die forschung immer nahe liegt einer sollte bindungssicher sein ob das überhaupt abgefragt wird weiß ich nicht vielleicht machen sie ist steckst du zwei so leute zusammen die zehn jahre hatten oder fünf oder ich weiß nicht wie lange und erwartet dass das irgendwie gut geht und dann und da wie die sendung halt so ist müssen die gleich heiraten sofort noch zeit nach verbringen was natürlich gerade für leute die jahrelang keine beziehung hatten die können sich das ja wünschen aber wir wissen ja alle wie das ist man wünscht sich das und trotzdem ist man mit hoher wahrscheinlichkeit komplett überfordert von sowas ne so und dann sind auch noch kameras dabei und wie kann man da erwarten dass das gut geht so ich weiß es nicht wirklich waren die aber letztes jahr wirklich hat ja ich weiß nicht ob wie viele da noch zusammen sind könnte ja mal in die kommentare schreiben aber haben ja viele die serie überstanden das fand ich richtig gut fand ich richtig klasse aber ich weiß auch nicht wo sie das jetzt hin entwickelt aber nach der ersten show habe ich sogar gedacht nein das das kannst du nicht einfach so zwei leute die irgendwie themen haben einfach so zusammenstecken und dann erwarten weiß ich nicht dass also funktioniert auch dating nicht so ne das ist also dating ist doch also wir haben ja schon so eine eingebaute suchmaschine irgendwie dann mit der wir arbeiten können und ich weiß es nicht was ich kann das schon mal schreiben ihr das seht und das letzte ähm wenn man dann schon sagt man macht ein experiment und das würde ich so richtig smart finden wenn das einer von denen hier mal guckt weil zu jedem experiment gehört eine kontrollgruppe so ne dann soll ich dann match doch mal zehn paare oder fünf meinetwegen und nehmt fünf andere von denen man da melden sich ja auch immer tausend leute an vielleicht haben die gute zeit ich weiß es nicht aber damit sich tausend leute an aus denen entstehen zehn paare also für ganz viele das ist auch schon wieder vielleicht eine enttäuschung vielleicht finden sie es auch cool und von denen werden dann vielleicht zwei drei was aber okay gut lassen was mal kurz zurück zu dem experiment du nimmst fünf paare match die so wie die es machen und dann nimmst du fünf andere paare und match die sozusagen nur nach wie das auch in kontrollgruppen gemacht wird match die nur nach weiß ich nicht ungefähr das gleiche alter ist es ist die gleiche sexuelle orientierung und keine ahnung noch einen sozio ökonomischen faktor verdienen die ungefähr gleich viel weiß ich nicht und macht das ansonsten zufällig mischt mal zufällig fünf paare und dann möchte ich mal sehen das möchte ich das würde mich wirklich interessieren ich weiß auch nicht was rauskommt finden sich nicht womöglich womöglich ungefähr genauso viel paare unter denen die zufällig gemischt werden wie unter denen die gemischt werden und dann hätten wir ein echtes sind dann noch vielleicht die anzahl ein bisschen größer wäre aber gut das wäre zu viel verlangt sicherlich aber dann hätten wir mal ein echtes experiment ohne kontrollgruppe aber wie gesagt vielleicht lese ich doch zu viel rein aber wenn solche begriffe benutzt werden muss man auch was zu sagen können naja das mal das sinnlose wort zum mittwoch an diesem womöglich historischen tag und ja was denkt ihr also wir sehen uns bald wieder und achso libysche party geht bald los das ist in einer woche dass sowohl die sache in berlin als auch die libysche party in hamburg wenn ihr da noch kommen wollt sind noch karten verfügbar so ein paar mich haben leute gefragt was denn auf einer libysche party zu erwarten naja das ist ich werde wie so mini vortrag halten ich werde es wird ein bisschen lesung sicherlich auch sein das wird müssen meet and greet sein es wird ein bisschen dancing ist auch ganz viel zeit mit anderen zu reden sich mit anderen liebeschipplern zu connecten ich werde sicherlich weiß ich nicht zwei drei vier fünf übungen machen interaktions geschichten dass man miteinander in kontakt kommt ihr habt gelegen hat mal mit mir zu reden wenn ihr buch signiert haben wollt foto haben wollt ist einfach noch mal viel mehr zeit und als meiner lesung also typischerweise kommen da die hardcore liebe schippler hin zu einer libysche party und das ist schon echt die waren eigentlich immer ziemlich cool muss ich wirklich sagen in diesem sinne wir sehen uns bald wieder tschau